Und damit ein ganz herzliches Hallöchen meine lieben Toppflanzenfreunde, ich bin's mal wieder, euer Blacky und wir sind zurück hier im Warframe Walkthrough. Ich muss an dieser Stelle erwähnen, ich habe eben die Aufnahme schon gestartet, dann ist aber irgendwas abgekackt und die Aufnahme ist fritte, deswegen haben wir den Login-Screen diesmal nicht drauf. Was ich eben in dieser Aufnahme getan habe, ist, ich habe die Arcwing-Teile, die ja jetzt fertig gebaut waren, aus der Schmiede rausgenommen und habe den Arcwing dann in Auftrag gegeben. Der braucht jetzt aber noch ein Stündchen und deswegen habe ich eine Idee, was wir in der Zwischenzeit machen können und zwar starten wir in Richtung Maru's Bazaar und starten Maru einen kleinen Besuch ab. Sobald ihr Zugang zu Maru's Bazaar habt, empfehle ich euch, nein ich zwinge euch dazu, folgendes zu tun. Einmal pro Woche, ich habe es in meinem Endo-Guide, falls ihr den gesehen habt, ihr auch schon erwähnt, einmal pro Woche kann man hier für Maru eine Mission machen, wo man Eier-Tarn-Shets sammeln muss. Man bekommt am Ende dieser Mission eine garantierte Eier-Tarn-Skulptur und die kann man ja für brutal viel Endo verkaufen. Das Schöne ist, dieses Endo braucht man und deswegen empfehle ich jedem Spieler, der interessiert ist, Endo zu farmen, einmal pro Woche diese Maru-Mission zu machen, einfach weil das Geschenkte bis zu 3000 Endo sind. Und was auch schön an der Sache ist, ist, man wird entweder ins Derelict oder ins Void geschickt und auf diese Weise kann man an Void oder Derelict Ressourcen rankommen, ohne das Void oder das Derelict überhaupt erst freigeschaltet zu haben. Das finde ich persönlich ziemlich nice, weil ihr könnt diese Mission mehrfach pro Woche runnen, wenn ihr lustig seid. Ihr bekommt natürlich nur einmal den Eier-Tarn-Schatz, aber ihr könnt die Mission trotzdem häufiger runnen, wenn ihr lustig seid, um einfach die Void-Drops zu bekommen oder die Derelict-Drops, je nachdem. Aber wir kämpfen jetzt hier nicht gegen Gegner, weil die Gegner sind ein bisschen zu stark für uns. Vielleicht mit dem frisch gemoddeten Stab ist es wieder was besser, aber ich habe jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, hier Großgegner zu killen. Wir sind ja hier für den Eier-Tarn-Schatz. Das ist übrigens auch ein sehr nicer Raum, den sieht man relativ selten. Und wenn wir schon einmal hier unterwegs sind, können wir auch die Locations, wo Mods drin sein können in den Containern, an denen wir vorbeikommen, die können wir auch schon mal ein bisschen abklappern. Habt ihr euch schon mal gefragt, was die Korpus da eigentlich reden? Also die Grineer reden ja irgendein ganz komisches, verzerrtes Englisch, das kann man ja teilweise erkennen, wenn man genau hinhört. Aber die Korpus? Also, ich bin mal ganz im Ernst, was sprechen die? Was sprechen die? So, hier sind wir, für alle, die es noch nicht gesehen haben, das hier ist ein Void-Secret-Room. Und der wird interessant, weil normalerweise mache ich den immer mit einem von meinen Frames, der viel aushält. Hier werden wir aber tatsächlich sterben, wenn wir da in die Laser reinkommen. Deswegen wird das interessant. Aber wir kriegen das schon hin. So, einmal ganz vorsichtig in der Mitte runterspringen. Oh, wir haben es tatsächlich überlebt. Das liegt daran, ich kann euch auch erzählen, warum wir das überlebt haben. Es gibt ja jetzt Shield-Gating, das heißt, wenn ihr angehittet werdet und euer Schild voll war und euer Schild dann ganz auf Null runter geht, dann seid ihr für drei oder zwei Sekunden lang unverwundbar. Das hat uns hier den Arsch gerettet, weil wir wären mal sowas von dran gewesen. Und ja, hier sehen wir es, da haben wir eine Eier-Tanz-Skulptur. Die gehört jetzt uns und die ist verdammt viel Endo wert. Wir machen auch hier die Kisten mal kaputt, einfach damit wir uns ein paar nette Mods snacken können. Oh, wir haben Point Blank. Damage für Shotgun ist natürlich sehr nice, kann man immer gebrauchen. Target Cracker Pistol Crit Damage. Oh boy, wir haben richtig Glück heute. Zwei Mods, die absolut Pflicht sind, die man früher oder später haben sollte. Und wir haben sie jetzt... Okay. Wir haben sie jetzt bekommen. Das heißt, wenn ihr Maru's Bazaar freigeschaltet habt, dann könnt ihr eigentlich hingehen und diese Mission hier einfach ein paar Mal runnen und euch ein paar Mods snacken. Und meine lieben Toppflanzensfreunde, ich glaube, genau das werden wir machen, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken, bis wir unseren Argoing fertig haben. Einfach ein paar Mal hier die Mission runnen und schauen, was wir da so an Mods zusammenbekommen. Huch, ein Aufzug. Aufzüge hat man hier relativ selten. Oh, Hallöchen, Hallöchen. Die drei von der Tankstelle sind auch wieder da. Oh, ho, 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 schaut euch das an. Wir haben hier uns aber wirklich ein nettes Empfangskomitee bereitgestellt. Sorry, aber da konnte ich jetzt nicht anders als die kaputt zu hauen, weil das hat sich wirklich so schön angeboten. Wir schauen nochmal gerade kurz da oben in den Raum rein. Das ist nämlich auch einer von denen, die Mods enthalten können. Springt man einfach hier oben mit dem Korkenzieher Sprung hoch. Und da haben wir schon einen. Da ist keiner. Aber ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, weil ihr diese Dinger da aktivieren könnt, wenn ihr hier auf die Bodenplatten drauf geht. Meine ich. Oder ja, da. Da ist die Bodenplatte. Und die machen böse Aua. Den Raum hier habt ihr tatsächlich meistens gegenüber vom Extraktionspunkt, wenn denn dann. Was haben wir hier? Okay, da ist nichts. Und meine lieben Toppflanzenfreunde, wir verabschieden uns jetzt hier aus dem Void. Nehmen unsere Eiertanzskulptur dankend mit. Und natürlich auch die paar Mods hier. Die kann man ganz gut gebrauchen. Auch ein winzig kleines bisschen Standing, aber nicht, dass uns das irgendwie interessieren würde. Und wir haben NAV-Koordinaten bekommen. Die sind immer ganz nice. Wieder Control-Modules. Das heißt, wenn ihr jetzt erst euren Rhino bauen wollen würdet, dann hättet ihr hier über Maruse-Besal definitiv die Möglichkeit, schnell an die Control-Modules ranzukommen. Auch wenn ihr, wie gesagt, erst beim Mars seid. Und was wir jetzt machen, wir sind jetzt einfach ganz schamlos und machen das Ganze direkt nochmal und hoffen, dass wir eventuell Glück haben und ein paar goldene Mods bekommen. Zum Beispiel Vital Sands hätte ich gerne oder Continuity Streamline. Okay. Das ist interessant. Man kann die Mission nicht neu runnen. Okay. Ich bin jetzt sehr verwirrt, weil ich meine, dass ich in der Vergangenheit tatsächlich einfach mehrfach die Mission gerannt hätte und dann halt den Schatz natürlich nicht bekommen habe, aber dann trotzdem die Mission machen konnte. Das ist interessant. Offensichtlich kann man das jetzt nicht mehr. Okay. Wusste ich nicht. Tut mir leid, dann vergesst, was ich gesagt habe. Dann habt ihr nur einmal pro Woche die Chance, über Maru ins Derelict oder ins Void zu kommen. Das heißt, wenn ihr Ressourcen von da dringend braucht, dann lasst euch da definitiv Zeit und sucht die ganze Map ab und nehmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt. Und für uns ist das Ganze jetzt nicht so wichtig, sage ich mal, an der Stelle, weil wir die Sachen für Rhino und so weiter ja haben. Ist natürlich die Frage, was wir jetzt machen können in der Zwischenzeit. Wir sind ja hier auf dem Mars noch, sage ich mal, gebunden, weil wir hier nach Ceres nicht weiterkommen können, weil wir hier den Boss noch killen müssen, den wir nicht killen können, weil wir den Arc Ring noch nicht haben. Und dementsprechend ist alles ein bisschen meh. Ich denke mal, was wir jetzt machen, wir machen jetzt einfach noch, was haben wir hier? Genau, wir machen jetzt eine Defense-Mission und machen ein Lith Relikt auf, genau. Das machen wir jetzt. Wir machen das eine Relikt hier auf und hoffen, dass wir da irgendwie was Gutes bei rausbekommen. Ich möchte jetzt den Part nicht nach fünf Minuten beenden. Sorry für diese kleine Unorganisiertheit, Network not responding, wieso das? Oh Leute, was ist denn heute los? Der Warframe-Gott will nicht, dass ich heute einen vernünftigen Warframe-Walkthrough-Part aufnehme. Das ist nervig. Okay. Jetzt sind wir wieder da. Alles klar. Ne, was ich sagen wollte, ist, sorry für die kleine Unorganisiertheit. Ich hätte schwören können, dass man diese Maroon-Mission mehrfach machen kann. Aber gut, dann geht das wohl offensichtlich nicht. Ich habe mal wieder was dazugelernt. Und ja, wir machen jetzt eine kleine Defense, fünf Ründchen, schnell ein Relikt aufmachen. Dann haben wir hier auch genug Content für diese Episode. Und es ist immer sinnvoll, Relikte aufzumachen, wenn man sie hat. Diese Defense-Mission hier kommt uns bekannt vor, nicht wahr? Nein, es ist immer sinnvoll, Relikte aufzumachen, wenn man sie hat. Einfach, weil man die Relikte zu Geld machen kann. Ich habe hier in meinem Platin-Farm-Guide, habe ich schon erwähnt, man kann einfach, selbst wenn es nur Schwachsinn ist, der rauskommt, kann man den als Prime-Junk verkaufen. Und das ist immer viel wert. Hier haben wir eine Octavia übrigens dabei, die uns mit Musik unterstützt. Octavia ist ein sehr nicer Frame. Ist allerdings etwas kompliziert ranzukommen. Wurde ich auch schon mal requested, dann Tutorials so zu machen. Vielleicht mache ich das sogar mal irgendwann. Und eine Sache ist, wenn ihr Defense spielt und dabei Relikte aufmacht, müsst ihr zusehen, dass ihr nicht irgendwie so einen Nuke-Frame habt, der mit einem Knopfdruck immer direkt die ganze Welle killt. Weil manchmal brauchen die Gegner einfach ein bisschen Zeit, um Corrupted zu werden. Weil nur die Corrupted-Gegner, die droppen ja auch tatsächlich dann dieses Reacten für die Relikte. Und wenn ihr die Gegner alle killt, bevor sie korrumpieren können, dann kriegt ihr nachher eventuell sogar nicht genug Reacten zusammen, um das Relikt nach 5 Wellen aufzumachen. Aber das Schöne ist, dass wir hier einfach auch passiv ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln können. Auch wenn die ganzen Kills natürlich nicht von uns kommen. Ah, zwei Reaction, das ist sehr gut. Und im nächsten Part werden wir dann definitiv, meine lieben Taupflandse-Freunde, den Arcwing bauen. Und wir müssen noch die Quest Stolen Dreams machen. Die werden wir auch noch machen. Aber der Arcwing hat erstmal Vorrang, damit wir diesen nervigen Bosskampf endlich mal machen können. Iron Phoenix, eine Stance für Schwerter. Nice Sache. Man sollte sowieso so gut wie möglich darauf achten, alle Stance-Mods zusammen zu bekommen. Einfach weil man die sehr gut benutzen kann. Und was haben wir hier? Einen kleinen Voidriss. Und auch direkt ein Reaction, was da rauskommt. Machen wir mal da einen Wegpunkt hin, damit die Leute, die ein bisschen weiter weg sind, das nicht verpassen. Wäre ja schade, wenn nachher alle Leute nur 9 von 10 haben. Und wir der Einzige sind, der 10 hat, weil wir es gesehen haben. Es fehlt nur noch eins. Ich glaube, das sollte dicke hinhauen. Also, so, voll, sehr gut. Dann machen wir jetzt noch easy peasy, lemon squeezy, diese Mission zu Ende. Saugen ein paar nette XP von unseren Teammates noch mit auf. Und dann sind wir am Start mit diesem Relikt. Mal schauen, vielleicht kommt hier irgendwas richtig Wertvolles raus. Irgendwas, was man so für 20 Platin oder so verkaufen kann. Das wäre natürlich richtig toll, weil von den 20 Platin, oh oui, da würden mir tausend Sachen einfallen, die ich mir davon gerne kaufen würde. Mal schauen, was man so für 20 Platin oder so verkaufen kann. Und so geht das ja definitiv angenehmer als in meiner Defense Mission hier mit dem einen Kollegen, weil wir hier tatsächlich ein sehr, sehr kompetentes Team am Start haben. Wenn wir mal angucken, ja, Mastery Rang 20, Mastery Rang 10. Da sind schon ein paar Spieler dabei, die, ich würde mal behaupten, schon ein bisschen weiter als Mars sind. Ja, ich würde mal behaupten, die sind ein bisschen weiter als Mars. Aber nichtsdestotrotz, einfach Missionen doppelt zu spielen ist generell erstmal nichts Schlechtes, weil wir ja auch irgendwie die Ressourcen zusammenbekommen müssen, um alle Sachen irgendwie zu bauen. Dementsprechend kann ich auch empfehlen, dass ihr nicht allzu sehr durch die Sternenkarte durchrushed, weil wenn ihr dann irgendwie Mastery 3 seid, die Sternenkarte fertig habt schon und sagt, oh, ich habe jetzt keinerlei Ressourcen, um irgendwelches Equipment zu bauen, das ist natürlich auch nicht so nice. Aber natürlich sollte die Sternenkarte auch eine gewisse Priorität haben, weil je weiter ihr seid, desto mehr Zugang zu Content habt ihr natürlich auch. Ach, ein Covered. There you go. Und falls ihr euch fragt, warum wir gerade so brutal alles mit dem Stab umkloppen, das ist, weil die Octavia einen Damage-Buff raushaut. Jetzt haben wir hier noch einen leckeren Mod, einmal Disruptor für Shotgun, nutzlos, aber trotzdem nice to have, jeder Mod ist immer nice to have. Und ja, macht auf jeden Fall Relikt-Missionen immer im Team, egal ob jetzt mit Freunden oder mit Randoms, macht sie immer im Team, einfach damit ihr nachher eine höhere Wahrscheinlichkeit habt, irgendwas Gutes rauszubekommen. Weil wenn ihr es alleine macht, ja, dann habt ihr halt das, was aus eurem Relikt rauskommt, aber wenn ihr es zu viert macht, dann habt ihr die Auswahl aus vier Sachen und könnt euch das raussuchen, was ihr am liebsten haben wollt. Entsprechend ist das echt nice. Ich glaube, wir müssten jetzt gleich fertig sein. Oder? Ja. Und wir haben einen Condi Prime, bla bla, Atlas Prime. Wir nehmen das Forma nach wie vor, bekommt man zwar jetzt nicht irgendwie Dukaten raus oder kann man auch nicht verkaufen, aber Formas werden wir so oder so brauchen. Dementsprechend ist das Forma an der Stelle für uns was wichtiger. Ich gehe an der Stelle aber schon mal raus, weil ich möchte den Part jetzt an der Stelle auch beenden und dann gleich den nächsten aufnehmen, wenn der Arcwing auch mal fertig ist. Ja, haben wir unser Forma bekommen, haben sogar noch ein Relikt mit rausbekommen, das heißt, wir haben hier keinen Reliktverlust gemacht. Ein paar Void Traces, falls wir mal Relikte aufbessern wollen. Und natürlich auch einige Mods. Mal gerade schauen, ich wollte nochmal gerade nachgucken, wie viele Eiertan-Sterne wir denn haben. Wir haben zwei Orangen und zwölf Zyren, das heißt, wir könnten die hier schon voll machen. Ich persönlich warte dabei immer ganz gerne mit, bis wir bei der Nightwave entsprechend soweit sind, damit wir halt, wie sagt man, damit wir, falls wir die Nightwave-Aufgabe bekommen, dass man drei Eiertan-Skulpturen voll machen soll, dass wir das direkt machen können, ja. Solange wir das Endo nicht brauchen, was wir aktuell wirklich nicht so sehr brauchen, weil wir ganz gut aufgestellt sind für den Anfang, dann sollte man die Eiertan-Skulpturen erstmal leer lassen und dann halt voll machen, wenn die Nightwave das sagt. Speaking of Nightwave, wir haben hier wieder eine Menge Stuff zu tun, das meiste davon können wir natürlich noch nicht machen. Aber ich möchte da wirklich in diesem Walkthrough hier jetzt nicht allzu sehr drauf eingehen, weil wir mit den Catalysts und mit den Reaktoren schon ganz gut aufgestellt sind. Dementsprechend sage ich mal an der Stelle, meine lieben Toppflanzenfreunde, euer Blackie over and out. Ich hoffe, dieser kleine failhafte Part hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sind wir wieder dabei mit dem Arcwing, machen dann auch wirklich Progress in der Story, machen den Bosskampf und dann werden wir auch irgendwann mal die Mission Stolen Dreams machen. Das heißt, die Agenda ist auf jeden Fall frisch. Nur diesmal musste ich mir halt irgendwie spontan was überlegen, wie ich diese eine Stunde Arcwing-Bauzeit hier überbrücken kann. Jo, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Euer Blackie over and out.